5. Oktober. Kampf um Wien. Die TV-Konfrontation zur Wahl. Mit Häupel, Strache und allen anderen Spitzenkandidaten. Nur auf Puls 4. Mit Live-Bewertung der Spitzenkandidaten. Exklusive Umfragen und Realtime-Trends. Sie haben die Wahl. Wir geben Ihnen die entscheidende Orientierung. Kampf um Wien. Die Konfrontation. Nur auf Puls 4. Mit Live-Bewertung der Spitzenkandidaten. Am 5. Oktober. 20.15 Uhr. Puls 4.